Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Bayern Guter Liebe. Ja, ich sage mal, ich habe vergessen beim letzten Mal zu speichern, dann mache ich das jetzt. Ihr wisst, ja, ich habe ja schon ein bisschen über der Crew gelabert. Das kommt ja dann am 11.11. raus und dann insofern habe ich natürlich schon geschrieben, im Vorfeld, dass ich ein paar Medien will, also Wallpapers und Thumbnails. Thumbnails habe ich im letzten Video schon erklärt und ich hoffe, ich bekomme auch kostenlos... Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Ausgang ist nicht weit. Zugang und Lizenz, äh, kostenlosen Zugang zu Lizenz... Hey! Erkennst du diesen Raum wieder? Positiv. Hinter dieser Tür liegt die verfluchte Maschine, mit der sie mein Hirn waschen wollten. Genau. Hier können wir jetzt eigentlich wieder runterspringen. Und hier können wir hoch. Ja, ich habe den Support schon gefragt, ob ich, äh, ein... Miss Jade! Da unten liegt eine verlorene Perle! Ach, nee. Ich habe den Support schon gefragt, ob ich einen kostenlosen Zug... Wir sind fast draußen! Äh, kostenlosen Zugriff auf Medien bekommen, also... Ist Paige ein Mitglied des Iris-Netzwerks? Könnte sein. Frag mich nicht. Ich weiß nur, wie viel er mir bedeutet hat. Sieht aus, als hättest du wieder all deine grauen Zellen beisammen. Wieder voll da? So langsam. Aber mein Schädel bringt mich um. Die haben mein Hirn gut durchgeschüttelt. So, hier ist er mal reingekommen. Ich will noch wissen, was... Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Die werden noch wissen, was da drüben ist. Gibt mir dem Jungen mal so einen Teil. Der mich? Die 17 Gegenstände habe ich. Ich gehe mit ihm mal. Ich werde das mal kaputt machen. Kassi rum, Pieders! Wir müssen hier irgendwo eine Sicherung finden. Und wir wissen auch, glaube ich, wo wir die Heimteam sind. Eine Boost-Kapsel sorgt für eine kurzzeitige Verdreifachung der Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Nämlich da, in dem Sicherungsraum, wo wir vorhin, oder vor zwei, ein... ...einer Folge schon waren. Na, vor zwei oder drei Folgen. Da kommen wir noch nicht durch. Jo. Was habe ich jetzt eigentlich vor zwei Minuten gesagt? Scheiße, keine Ahnung. Ihr habt... ...keine Ahnung mehr. LOL. Ah, jetzt kann ich hier endlich mal so durchrauschen. Eindringlinge, Eindringlinge, Zerstörungsalter! FALL! 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 Jo. Der hat ja also bei dem Schild, sehe ich nicht. Müssen wir geschwind den Strom abstellen, wie immer Funktioniert anscheinend nicht mehr, können wir die hier einfach so nehmen Und wenn ihr euch fragt, wo weiß jetzt der Dessert, dann kann ich euch nur sagen, das habe ich glaube am Anfang auch schon mal gesagt Ihr habt die Spielstelle zweimal durchgespielt, zwei bis drei oder drei bis vier Mal Und dann weiß man das halt schon mal auswendig Aber ich werde es mal so machen Ungefähr, ich werde es immer so antworten oder so drehen oder so spielen Äh Da sind wir eigentlich nicht mehr, außer wir haben mehr Wenn wir dann etwas zu finden, können wir viel zu lange dauern Weil viel zu lange gedauert, ich weiß es ist schwer zu finden nicht Legen Ja jetzt funktioniert es auch wieder Und wir können ausfahren Es funktioniert Double H Miss Jade, dieses Ding frisst mich von innen auf Ich halte es nicht länger aus Die Jungs von Iris Vielleicht können sie etwas tun, um mir zu helfen Meine einzige Hoffnung Bringen sie mich zurück zu Iris Ich bitte sie Ich, ich kann nicht atmen Miss Jade Schalte auf Not Schaltkreis um, aber Ich, der wird nicht lange halten Da müssen wir uns sputen Schnell Hältst du noch durch? Ja Miss Jade, aber schnell Das Ding frisst mich auf Ich muss mal warten bis der kommt Findet ihr ja normalerweise Ja 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 Geht ents 하면 Ja Nein Ja Ihr ist voll Ja Wir sind zur verbotenen Das ist einfach Und Ich kann den Stadteingang... Ja, das müssen wir schnell... Double H, kannst du mich hören? Mir ging's schon besser. Ich kann's spüren. Sind wir schon in der Fußgängerzone? Kommst du? Ah, ich kann nichts sehen! Wo sind Sie, Miss Jane? Alle für einen, einer für alle, Miss Jane! Iliana steht auf! Hin ist! Da hier protestieren sie schon. Die kennen wir ja hier schon. Ich kann nichts sehen! Wo sind Sie, Miss Jane? Hier entlang, schnell! Es ist offen! Nino! May! Schnell! Double H ist bei mir! Er braucht Hilfe! Double H meldet sich zum Dienst. Die Alpha-Abteilung hat Besitz von den... ...die Schuhe, die... ...zu Diensten... ...Hup! May! Wir müssen ihm unsere letzte Dosis gegen die Schuhe geben! Hub! Hub! Kannst du mich hören? Sag etwas! Sein Puls wird schwächer! Bereite die Injektion vor! Sprich mit mir! Ich bin's, May! Öffn! 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 Mein Freund! Tief Austausch! Für deine Seele! Schau! May! Schnell! Wir verlieren ihn! Ich bin hier, Hub! Alles wird gut! Halt durch! Es ist fast vorbei! Hub ist gerettet! Dank dir, Jade! Ich hab nur... Er ist ein Kämpfer! Er kommt durch! In ein paar Wochen ist er wieder auf den Beinen! Freunde! Ich glaube, Jade hat uns soeben eine erstaunliche Demonstration ihrer Courage gezeigt! Ottimo lavoro, piccolo! Gut! Nun sehen Sie mal hier! Dorthin werden nicht nur die Opfer gebracht! Dort befindet sich auch ihr Onkel Jade! Die alten Schlachthäuser! Ihr nächster Bericht! Jade! Dein letzter Bericht aus der Fabrik hatte eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung! Die Helianer haben uns spontan ihre Unterstützung gezeigt! Das ist für dich! Es wird dir sicher nützlich sein! Ganz sicher! Ganz sicher! Ich bin ziemlich sicher! Jetzt werde ich mal ein bisschen speichern! Wir sind schon so fassen wie es eben geht! Aber sie sind überall! Wir haben seit Tagen nichts mehr von unserem Chef auffällig gehört! Der Chef der Helis Gruppe! Niemand von uns kennt seine wahre Entität! Wir können ihm nicht helfen! Wir wissen nicht einmal wer er ist! Hält die Alpha Abteilung die Schlachthäuser besetzt? Davon können wir ausgehen! Dort scheinen alle Bewegungen zusammen zu laufen! Es wird sehr schwierig dort hinein zu gelangen! Wird er es schaffen? Das Schlimmste hat er überstanden! Dank dir! Er braucht jetzt nur viel Ruhe! Habt ihr meine Fotos aus der Fabrik bekommen? Natürlich! Sie wurden bereits kopiert und bearbeitet! Du hast unglaubliche Arbeit geleistet! Sei vorsichtig, Jade! Sind die Schlachthäuser militärisches Sperrgebiet? Ja, das ganze Gebiet ist eingekreist! Man konnte nicht mal in die Nähe! Wenn ich du wäre, würde ich mir die Hovercraft Rennen ansehen! Ich weiß, dass eine der Rennstrengen nahe an der Mauer vorbeiführt, die die Schlachthäuser umgibt! Wenn das stimmt, könntest du die Rennen verlassen und von dort aus in die Schlachthäuser gelangen! Keine Chance aufs Meer zu kommen! Dank ihres antidomezistischen Schutzweils! Du kannst mal sehen, wie die Rhinos für dich zu können! Was die für dich tun können! Obwohl sie jetzt in der Illegalität arbeiten, verkaufen sie immer noch alte Sprungkits für Hovercrafts! Also... Wir haben Tipps bekommen und gehen jetzt mal... Ich komme zurück, um nach Double H zu sehen! B, F, A, A, F, E! Einer für alle, alle für einen! Carlson und Peters, Seite 823! Also... Team nicht auflösen! Carsten und Peters, Seite 823! Jaja... Gehen wir mal schnell zu der Händlerin und schauen, ob sie eine Fälle hat und das hat sie! Hi Nuri! Konto, Identifizierung, okay! Bei Nuri gekauft! Hle tropical communicating, noch eine frische bei nü fond quell voll von von weil wir nichts mehr kaufen können dass dort alle Jetzt haben wir den Schlüssel So, wir haben doch mal von dem Zingbock da einen Code bekommen F-H-H... F-8 Acht... A-H-A-H-A-A-A-A-S-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Ich hätte sagen, bin ich doof oder das ... Korrekte Code Meins Wir wissen ja, der Typ kann da laute Sachen jetzt eintreten und so weiter, mal sagen, schauen wir uns noch mal um. Ja, da sind wir ja mal herkommen, können wir da wieder raus. Einwenden, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, was in den einzelnen... Äh... Hey, hey! Ich glaube, wir haben einen Weg hineingefunden, Miss Jade. Nicht bewegen, Miss Jade. Blockiert, Miss Jade. Der Bezirk ist von der Alpha-Abteilung abgeriegelt. Vorsicht! Okay, wir treffen uns später wieder. Dann werde ich mir mal das ansehen. Um, ja? Ja... nochmal ich kann euch sagen, hier war ich selbst noch nie auch wenn ich hier spielst duf also, auch wenn ich hier spielst duf spielst duf, da wusste ich nicht wie ich Alter, ist das fies schreit Ach! Da muss ich irgendwie rein oder was? Alter Walter ist das... Das ist ein paar cool... Alter, der hat's innen sich... Der hat's ja wirklich in sich, he. Das gibt's ja gar nichts. Lauf weiter, du Schlampe. Muss ja immer Schritt für Schritt machen. Und wie ich vielleicht schon gemerkt hab... Huch! Die haben keine... Lugfangs. Das ist ja gar nichts. Der hat die Kräfte ausgerufen. Das ist also eine Instauberfläche. Dernier. Ah, das war doch mal. Aaaaah Sooo Schau mal, alles Jo alter, das sind die komischen MT-Geschütze da oder was das auch sind. Jo alter. Den kann jetzt aber dann treten. Ist gut so. Angela! 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 Jan! Angela! Jetzt würde ich mal sagen, das kann ja jetzt dann einrennen, da, nein, nein! Das geheime Lager der Alphas, so meine Freunde, die 15 Minuten sind zur Arsche vorbei, aber ich mache das jetzt noch schön, ich weiß, was man... Ich bewege mich nicht von der Stelle, seien Sie vorsichtig. Denk ich zumindest... Ja, machen wir das noch schön, bis zum nächsten der Computer kommt. Ja, das geht nicht. Von Team könnte ich ihn jetzt treten. Ich weiß ja nicht, wann der nächste Computer kommt, aber ich hoffe, so ziemlich bald. Boah, Alter, ist das jetzt euer Ernst? Kann ich ja gleich im Grab versuchen. Ich kann mich einfach nicht unterstützen. Ich bin jetzt gespielt, wo ich mir einfach verliehere, aber ich weiß, dass ich jetzt nicht wiederkehren muss. Ich kann mich nicht übernehmen. Wir machen einfach mal hier. Ich kann mich nicht übernehmen. Ich weiß nicht, wenn Sie eine andere haltung von mir zeigen können. Ja, was ich promise bin ich nicht gut. Zache, ich sage nicht. Und ich weiß, was ich nicht übernehmen will. Ich weiß nicht, was ich nicht übernehmen kann. Ich weiß nicht übernehmen, wenn ich nicht übernehmen kann. Ich muss sage nicht übernehmen an, weil ich nicht übernehmen kann. Oh, ein Kniegstall. Oh, ein Kniegstall. Oh, ein Blatt. Das ist es gut. Was ist denn? So macht man das Ja, wenn wir mal demach sind, ach, hab ich gerade mit 2 bekommen, hab ich gar nichts Wer war jetzt nochmal Nino? Riesig Achja, jetzt wird's losstehen Jetzt muss ich Renn, Pote, rennen Das kommt von da drüben Ich gehe Alarm, Alarm! Alter! Nochmal Sonst komm ich eh nicht raus Einbringling! 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 Irgendwie treffen die ja gerade Das kommt von da drüben Ich gehe Alarm! 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 Allarm! Miss Jade? Sind Sie okay? Hier! Nein! So, würde ich sagen, ich fahre noch schön, ja, fahre noch schön zu den Rhinos und dann würde ich sagen, das war's für den Part. Nein, das brauchen wir zurzeit nicht. Wo ist er jetzt noch nicht, warte hin und dann ist er. Da hin. Sind ja auch schon wieder. Wir brauchen den Perlendetektor von Ming Tsugs. Er ist ausgesprochen nützlich. Ja, das ist halt nie. Zu Mama Go's kommen sie immer zurück. Würde ich sagen, ich kaufe noch ein schönes Sprungset. Rechte Maustaste. 1200 ist. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Video. Tut es euch natürlich immer. Sieht man ja an den Like-Zahlen. Haha, Spaß. Also, mich würde es mal freuen, wenn monstermäßig mal viele Likes kommen und monstermäßig viele Aufrufe. Also, das heißt, ihr solltet mich abonnieren, favorisieren und liken und natürlich weiterempfehlen, dass ich so wunderbar gut bin. Okay, Spaß beiseite. Aber empfehlt mich weiter euren Freunden, euren Bekannten und so weiter. Das kann ich nur noch sagen. Bis zum nächsten Part. Und viel Spaß und viel Glück beim Zocken und auf Wiedersehen.